Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play in FIFA. Weiterhin Liga 1, diesmal gegen Bayern München. Eieiei, das ist eine gefährliche Aktion direkt am Anfang. Kommt jetzt schon die zweite Aktion. Eieiei, was geht denn hier ab? Sollte mich wachrütteln, glaube ich. Ah, nein. Also jetzt reiht es langsam mal. Wo sind wir denn hier? Ah, so sehe ich das gerne. Ronaldo auf dem Weg zum Tor. Und drin. Gut, dass er kriegen die Torte nicht so gut hin. Sehr schön. So was von verdient. Nein, nicht möglich, aber egal. Mit dem Ball... Das ist ein bisschen besser. Das war schön. Das war nicht gut. Der braucht umgehen. Ich komme mit dem jetzt nicht mal kurz zurück. Okay, ganz sicher. Da haben wir die Drehung. Rüber. Okay. Da unten läuft wieder Ronaldo. Ist kein Abseits, kein Abseits, kein Abseits. Wieder Ronaldo am Ball. Hey. Das war ein Schlag. Er ist der Rot. Das ist der Rot. Elfmeter. Alles. Versuch mal wieder den schönen Trick. Ich habe schon mal in der ersten Folge versucht. Und der nie geklappt hat. Dann haben wir wieder nicht geklappt. Groß. Ja, 2-0. Sehr nice. Das gefällt mir. 14. Minute schon 2-0. Richtig geil. Oh, schön gespielt. Ein schönes Tor. Schönes Tor. Wieder unten. Das ist der Ronaldo. Komm schon. Dann kriegst du wieder zurück. Nein. Scheiße. So wollte ich das eigentlich nicht. Wurde eigentlich antäuschen, dass ich da flanke. Habe ich aber auch scheiße gemacht dann. Hm. Unten steht Ronaldo. Ich würde sagen, wieder auf ihn. Ja, das ist nicht ganz Ronaldo. Fast. Ja, da kommt Motic noch nach. Da kommt auch Robben nach. Ungeil. Und in dir, hold in dir. Schön. Auch abseits ist okay. Geil mit Leben. Ich höre mal einen ran. Ähm. Ah, da ist er. PP. Schön. PP gespielt. Ganz nach oben. Unten steht schon wieder Ronaldo frei. Ja, nur meine Pässe kommen jetzt nicht mehr an. Oh, wieder abseits. Okay. Ja, mein. Was soll's. Ich will wieder einher. Hm. Wo ist er diesmal? Da. Ja, wieder zurück. Und ganz nach unten zum Modric, glaube ich. Äh, Marcel noch mal nicht. Die kombinieren richtig schön, finde ich. Ja, natürlich. Ganz klar faul. Hm. Ob ich da was draus machen kann? Keine Ahnung. Na gut, gelb. Ist okay. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie schaffe reinzumachen. Ich würde den so gerne hier einfach mal stark reinpassen. Aber das geht nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Zumindest weiß ich nicht, wie. Falls jemand wissen sollte. Antwortet mir. Oh shit. Oh shit, das war nicht gut. Wieder mega knapp. Ahaha, der letzte Pass da war wirklich nicht gut. Schön gemacht. Ganz in der Mitte steht wieder einer. Und dann hoch. Oh, Bell. Ich zieh nach außen. Und. Schade. Aber neuer hält auch mal einen Ball. Ich hasse diese kurzen Ecken. Die Tori da einfach in 4-5 sind so scheiße drin. Wieder schön sicher hier. Alles gut. Ich hab's ja nicht eilig oder so. Kommt, Ronaldo. Ja. Ja. Haha. Was ein Dusel. Was ein Dusel. Aber es ist mir total egal. Es ist drin. 3 zu 0. 39. Minute. Haha. Wie ging das, bitteschön? Ja, okay. Ja. Es steht ernst, ne? Da wollte ich ihn doch nicht hin. Schön. Wieder alles über Ronaldo laufen lassen. Das klappt's momentan richtig gut. In der Mitte läuft Benzema. Den wollte ich eigentlich Benzema geben. Gut, Benzema will ihn nicht. Kann ich auch nichts machen. Und groß und wieder zurück zu groß wollte ich den eigentlich. Ich versuche ihn überall immer anzulaufen. Dann muss er schneller nach vorne. Weil wirklich ich hasse es, wenn sie mir vor dem Strafraum hin und her passen. Alex. Ja, ja. Hallöchen. Ah, nice. Okay, ja. Mein Stiefvater ist gleich gekommen. Meine Mom. Äh. Alle. Äh. Äh. Gleich gibt's McDonald's Dings. Shit. Hast du hasse aufgenommen? Ja, und ich bin momentan dabei. Dann... Das war ein FIFA. Ja, ich sag kein Problem. Oh. Ich führ 3-0. Das ist nice. Ich weiß. Ich hab 63% Ballbesitz. Er hat nicht einen Schuss aufs Tor. Ah, 3 Schüsse, aber keinen aufs Tor. Und er hat... Abgebrochen. Okay. Damit ist fertig.